Erbeute Waffen aus Waffenkoffern. Also insgesamt müsst ihr 10 Waffen aus Waffenkoffern erbeuten. Wo findet ihr überall Waffenkoffer? Waffenkoffer findet ihr verteilt auf der Karte in mehreren Gebäuden mit diesen Zeichen. Achtet einfach darauf, dass ihr Gebäude mit diesen Zeichen findet. Meistens müsst ihr dann in den Keller gehen. Folgt einfach den Pfeilen. Zum Beispiel hier vor der Tür habt ihr wieder ein Zeichen. Das bedeutet, ihr müsst hier reingehen. Hier habt ihr jetzt die Waffenkoffer. Ihr sucht jetzt die Waffenkoffer und sammelt die Waffen ein. Ich blende euch hier noch eine Karte ein mit den ganzen Waffenkoffern, die ihr finden könnt. Ansonsten findet ihr aber auch die Waffenkoffer in den Waffenbunkern. Wartet einfach ab, bis die dritte Sturbenphase beginnt. Ich würde euch sogar diese Methode erraten. Also, ab der dritten Sturbenphase werden euch die Waffenbunker angezeigt. Setzt euch durch die Markierung. Geht zu den Waffenbunkern hin. Geht jetzt hier zu den Koffern hin. Sammelt die Waffen ein. Sobald ihr 10 Waffen habt, habt ihr die Aufgabe erledigt. Zusätzlich, wenn ihr die Aufgabe so erledigt, könnt ihr hier die seltenen Truhen öffnen. Denn für eine andere Aufgabe müsst ihr seltene Truhen durchsuchen.